Willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen, zu einem neuen Projekt und zwar spielen wir heute The Outlast Trials. Ich werde das ganze jetzt erst mal alleine spielen, weil wir wahrscheinlich auch erst mal das Tutorial beziehungsweise ein Prolog spielen müssen und wir gucken auch direkt rein. Okay. Okay. glaube ich. wo sind wir also wenn man sagt über den kopf das ist normal in der notaufnahme genau das Oh, das ist... What the f... Oh, das ist, was ... Er... Oh, das ist ... Oh... Oh, are we? Oh... Oh! 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 Oh. I'm going to the back room. Oh. Oh, oh. 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 Oh, we're all going to get better. Who's this lab rat, then? Together. It's all right here. These are all the belongings recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. You've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. Yep. I'm not bad looking, to be honest. What if you go for that type? Well, I ain't never been that big game. I just hate seeing her eyes. Tell me, friend. Who is it you think you are? Eh... Okay, we're now at the character design. Oh god, what was that for a start? That's not normal. What is... That's not with the people. What is that? I don't know. 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 We're starting to have an elevator. We have an elevator. We've got an elevator. We have an elevator. Ach du heilige. Merkow Property. Na, wunderbar. Okay, Verbrauchbatterie. Ja, okay, cool. Das war mir fast bewusst. Da brauchen wir wieder Akkus. Akkus. Und Markow, genau. Outlast spielt er in diesem Merkow Psychoanstalt, sag ich jetzt mal. Hätte Wege gedrückt, um zu klettern. Wieso? Muss ich hier klettern? Dann muss ich klettern wahrscheinlich. Wir gucken uns aber erstmal nochmal um. Okay. Und ja, wer die ersten Teile noch nicht gesehen hat, der kann sich das auf jeden Fall gerne bei uns hier auf dem YouTube-Kanal angucken. So wie der Stevie immer gerne sagt, da oben ploppt jetzt irgendwas auf. Ich bin leider nicht so gut wie der Stevie in den Plop machen. Aber, ja. Und da gibt es dann schön die ersten Teile. Äh, wo geht es jetzt weiter? Okay, hier. Springen! Okay, cool. Springen, klettern, F. Also ich glaube, ich habe die gängigsten Sachen habe ich jetzt schon, habe ich schon, äh, habe ich schon raus. So, jetzt würde ich gerne noch so eine Batterie finden für mein Nachtsichtgerät. Ich kann mich lehnen. Hallo! Wo du um die Ecke guckst. So, was ist jetzt hier? Vernichte deine Vergangenheit. Klar. Erfinde dich neu. Okay, wir vernichten unsere Vergangenheit und erfinden uns neu. Ist ja auch so easy. Okay, die Leute haben es anscheinend nicht geschafft, das Tutorial durchzuspielen. What the fuck? Was ist denn da bitte? Die hat sich doch gerade bewegt. Okay, lass uns mal reingucken. Was? Ich... Was? Kinder, ich, äh, also es gibt so ein paar Sachen, die ich in Horrorgames überhaupt nicht mag. Clowns und Kinder. Okay. Geburt. Mutter. Ja. Beginne. Beginne Geburt. Muss das... Soll ich... Was passiert, wenn ich das jetzt ziehe? Ich meine, es sind hier nur Puppen, ne? Also, es kann ja eigentlich nicht was Schlimmes passieren oder so. Also... was ist denn die Präkonditionierung fort? Was ist denn die Präkonditionierung? Oh, okay. Also wir folgen ihr anscheinend, weil sie uns die Richtung ange... was wir als nächstes machen sollen. Warum? Also warum sollte ich... meine animalischen Instinkten... vergessen? Und das macht doch keinen Sinn. Wer ist denn... Kann mir mal jemand erklären, was eine Präkonditionierung ist? Was? 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 Okay, wir gehen wieder raus. Ist mir egal. Ja. Ich wurde gut erzogen. Ne? Also, deswegen halt, ne? Gutes... Jetzt öffnet sich das Tor. Ne? Wunderbar. Mhm. Ist der jetzt zum Crouchen? Hier ist irgendwer... Der liegt da. Aufheben. Was ist das? Brücke, um die Nachtsichtbatterie aufzuladen. Okay. Gut. So. Also wir wissen dann schon mal, wie die Batterien aussehen. Das ist ja schon mal ein großer, groß, sehr großer Vorteil. Wir sollten die vielleicht jetzt auch mal... anwachen. Okay. Alter, hat der mich gerade erschrocken. Der sah gerade aus so... Oh, nee. Hey, warum verriegelst du denn jetzt die Tür hinter mir? Das... ist nicht cool. Hello. Leck mich. Verstecken. Wir können uns verstecken? Wir können spielen. Ich glaub's ja. Okay, cool. Also, wir müssen uns aber jetzt im Tutorial... nicht verstecken, oder? Ich will das Kind nicht bestrafen. Also. Geht das auch ohne? Wahrscheinlich nicht. Okay. Bis jetzt ist halt mal nur das Licht ausgegangen. Mehr war ja... Mehr war ja nicht. Okay, cool. Ist jetzt hier auch... Vor allen Dingen sind ja nur... in Anführungsstrichen... nur Puppen. Du kannst die Bretter in Türöffnung einschlagen. Was für eine Tür öffnen? Was ist eine Tür öffnen? Okay. Auf hier. Ey, du siehst aber aus, als ob du noch leben... Nee, wohl so lebendig siehst du nicht mehr aus. Vergiss es. Wer ist denn da gerade langgelaufen? Okay. Okay, okay, okay. Hier ist ja halbwegs hell genug. Okay, cool. Also, bis jetzt haben wir ja noch keine Gefahr hier. Daher ist es ja... safe. Also, sind wir... Oh Gott. Okay, wir sind doch nicht mehr ganz so safe. Was ist denn jetzt... euer Problem? Der ist kaputt, der Hebel. Ja, nee. Ah, okay. Cool. Cool. Euch geht's aber noch gut, oder was? Ja, mit... Kann ich das Messer nehmen? Das Messer. Alter, was habt ihr denn hier veranstaltet? Ist ja jetzt nicht euer Ernst, Freunde. Lol. Hey, 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 hey. Immer mal die Tür zu. Einfach. Einfach vorsichtshalber. Hey, hey, hey. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Was bist du denn für ein... Ja, du bist verletzt. Du brauchst Medizin. Jetzt ist die Tür verriegelt. Wofür nicht der Medizin? Kann ich in die Schränke gucken? Nein. Hier kann ich mich nur verstecken. Warum? Hast du Medizin? Oder? Okay, dich frage ich aber nicht, ob du Medizin hast. Wie sieht denn... Oh, warte, hier. Medizin. Nimm das. Trinke. Achso, da. Oh, okay, cool. Was? Dying is easier. Okay, sterben ist einfacher. Das sind Botschaften, die möchte man gerne lesen. Ja, jetzt ist die Verriegelung weg. Und wir wurden angegriffen. Hm, das riecht mir... Das riecht nicht... Das ist doch eine Fälle. Okay, die Tür ist jetzt da drüben offen. Wer ist denn da? Also, also, euch fehlt doch irgendwas. Hör doch auf. Okay, okay, sie ist hier. Ja, ja, komm hier, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Das ist mir egal. Äh, hier stand doch noch gerade jemand. Wo ist... Wo ist die hin? Ich hab vergessen, was die... Was hat sie gerade gesagt? Was ist meine To-Do? Ich mag das Game jetzt schon nicht mehr. Hier, so kann ich schnell laufen, sprinten. Okay. Habe ich irgendwie eine Ausdauer? Wer spricht da? Oh, ich hab sogar ein Spiegelbild. Geil! Also, ich glaub nicht, dass ich jetzt da reingehe. Und ich, ich... Ich, äh, bin hier so im Schleichmodus, weil ich hab... Echt, tschüss. Wir müssen da reingehen? Kann ich nicht irgendwo anders... hingehen? Also, warte mal. Können wir einfach da rüber laufen? Geht das? Oder machen wir Geräusche? Ach, gleich mal hier. Ihr könnt sogar unsere Füße sehen. Ja, ist klar. Ähm, tschüss. Ich wollte nicht stören. Alles cool. Ich muss jetzt da wirklich rein. Okay, die drehen wenigstens ihre Köpfe nicht mit. Ja, das ist doch, das ist doch... Der Apfel da ist doch... Der ist doch... Also... Wie sag ich so schön? Das ist so ein Bait. Das ist doch... Aufheben. Als ob ich jetzt... Okay, komm, wir nehmen den Apfel. Nimm ihn und... Geh weg. Ich gehe da. Das ist doch.. Ich hab kein Leben mehr so was erzählst du mir jetzt wieder führe die Präkonditionierung Hier kann ich auch nicht mehr raus, na wunderbar. Gibt's hier noch irgendwie Heilung? Wollte ich seh nichts Oh, das ist unangenehm. Da ist Heilung. Äh, warte. Ey, das ist super unangenehm Conny, kannst du mir noch deine Batterie geben? Einfach nur... Ich bin weg. Ich bin sowas von weg Batterie. Gib mir die Batterie. Gibt's Waffen? Irgendwas, womit ich die kaputt machen kann oder so? Ein Riegel. Scheiße auf. Okay, hier sind wir erstmal safe draußen. Mach die Tür wieder zu. Ist mir egal. Oh, ist ja gar nicht unangenehm. So gar nicht, gar nicht. Ich seh nichts mehr. Oh, das sind auch nur Puppen. Ich... Hey, 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 hey. Scheiße. Ich weiß... Also der da, der da so sitzt... Weiß ich nicht, ob der so cool ist. Ach, guck mal, da kratzt sich auf einer. Ja... Du bleib da, wo du bist. Dann werden wir Freunde. Okay. Okay. Wie, wie, ich... Also, bitte verzeiht mir, aber ich muss schleichen. Also, bei diesem Game ist... Muss ich schleichen. Das ist... Du, da gibt's ne Salbe für. Manchmal. Lass mich in Ruhe. Hey, hey, hey. Oh, Mann, ey. Wenn du leise und im Dunkeln bist, werden dich die meisten Feinde nicht finden. Jetzt drücke ich, um die Leute zu gehen, um Land zu gehen. Wie gehen wir jetzt, wie, wie, was auf derzent? Bleib da, bleib da, bleib da! Bleib da, bleib da! Ich weiß, was, 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 was... Das ist jetzt gar nicht gut gelaufen Ich komm hier nicht weg Oh, oh, wir haben ihn aber ausgesperrt Oh, leck mich am Arsch Oh Okay, nein Das wollte ich doch gar nicht, scheiße Ich wollte Ich wollte nur das Ding wegmachen Was ist das denn für eine Maschine hier? Oh, ist das schön Wenn das Stevie auch spielen muss Ach, ist das toll Da freue ich mich ja jetzt schon Wimple and Naughty Look at this baby Look what happens When baby listens to the voices On the radio And doesn't listen to mother When babies are bad Mother gets disappointed Oh, 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 oh And don't believe so Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Holy, that's Ice and darle Yeah Der lebt noch? Ihr seht was passiert, wenn Kinder versuchen, bevor ihre Zeit zu gewachsen zu werden. Die Mutti oder so? Ich weiß es nicht. Oder die Tante? Einer und... No. Zerstöre deine öffentlichen Dokumente? Ähm, wo sind die denn? Mach du Spaß. Seid ihr hier? Meine öffentlichen Dokumente? Ihr seid nicht hier, ne? Das wäre auch zu einfach. Was ist das denn hier? Ist das ein Fahrstuhl? Oh, warte. Medizin. Sehr gut. Okay. Sonst gibt es hier nichts mehr. Äh... Wir machen mal vorsichtshalber zu. Ach du Scheiße, ist ja dunkel hier drinnen, wie... Das ist gar nicht gut. Okay, Klavier spielen? Okay, cool, 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 cool. Okay, also hier finde ich meine Dokumente anscheinend auch nicht. Schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So, dann schleichen wir uns mal... Hier raus. Wo ist die denn jetzt hin? Okay, hier können wir überall nirgendwo hin. Ist alles abgeriegelt. Ich habe keine Batterie mehr. Das ist gar nicht gut. Ich gehe da drüben, geht noch ne Tür auf. Da ist, glaube ich, noch ne Batterie. War das jetzt im Game oder war das draußen die Hupe? Ei, meine Fräse. Wie sieht denn überhaupt unser Batteriestatus aus? Naja, okay. Könnten wir wahrscheinlich gleich zünden, aber... Noch nicht. Ey, mach doch jetzt nicht sowas. Ich bin komplett hier angespannt und in the game und... Denn hier kommt so ein... Ach, da sind meine Dokumente. Okay, warte mal. Die, die kriegen wir... Das kriegen wir hin. Das ist ja wohl... No problem. Ja. Meine Feinde, indem du mich versteckst, benutzen wir unter dem Bett. Was? Die treten Türen ein? Oh nein. Alter, was hat er denn da noch? Was ist er denn... Ist der Edward mit den Scherenhänden oder was? Was hat der denn da an sich? Aber er ist, er ist, er ist lieb und macht die Türen auf jeden Fall zu. Äh, ist, äh... Kann ich jetzt hier in die Tür rein? Oh, warte mal, kann ich die abriegeln? Also, verriegeln... Die Fresse. Verriegel nicht öffnen. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Ducken, ducken. Immer ducken. Bei solchen Games. Immer ducken. Was stand hier? Try harder. Was? Oh, mit den Tasten muss ich noch klarkommen. Mach die scheiß Tür auf. Ich mach Geräusche. Warum mach ich denn Geräusche, wenn ich schleiche? Dann bringt doch das Schleichen nix. Äh, und wie? Hey, 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 hey. Die Mobilität ist beim Tragen größerer Weckte eingeschränkt. Drücke, um das auch wegfallen zu lassen. Was ist das? Ist das jetzt euer Ernst? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Oh, ey, hier ist auch wieder dunkel. Hello. Nice to meet you. Nicht. Okay, warte mal. Also hier, von solchen Sachen, glaube ich, muss ich mich fernhalten. So, und hier, ja, versäuchte auch. Oh, shit. Okay. Ich brauch noch ne Batterie. Das Schlimme ist, dass ich bei solchen Games, wenn ich denn in so einem Sneak-Modus bin, anfange zu flüstern. Obwohl ich es nicht müsste. Aber das ist so bei mir irgendwie ganz komisch drin. Hallo? Hier ist keiner, ne? Ich bin erschöpft? Ich kann erschöpft sein? Wieso gibt's denn eine Erschöpfung? Ey, Assatober, mach doch nicht so eine Sache. Okay, also, wir merken uns, wir haben anscheinend auch eine Austau. Die mir nirgendswo angezeigt wird. Aber okay. Lass mich! Was ist denn das? Okay, wir müssen irgendwo hin... Nein! Also, mal ganz kurz... ...um uns alle abzuholen. Wir werden gejagt von irgendwelchen kranken Leuten. Dann gibt's so eine Mutti, die irgendwie mit so einem... ...Bohrmaschinen-mäßigen... ...Tier irgendwie rumrennt. Und jetzt gibt's auch noch so eine Psychos, die mit irgendwelchen... ...Gasdingern da rumbrühen... ...und wir kriegen Psychosen... ...und wir kriegen Psychosen. Paul is game. Find ich gut. Okay. Da störe dein geheimes Leben. Okay. Ich dachte, das wär jetzt mein... ...mein Privat-Zoys. Alter, geile Poker-Chips. Ey, wollen wir hier eine Runde Poker spielen? Du, ich bin eher dafür... Wann weg? Dann machen wir mal eine Runde Pokern. Hier, ist doch... ...völlig in Ordnung. Texas Hold'em und so. Nicht dabei. Wir haben hier 5.000 Mal lieber als... ...dieses Spiel gerade... ...das Tutorial. Vor allen Dingen, es ist nur ein Tutorial. Ich... ...kack mir jetzt schon ins Hemd. Ach, Meli ist auch da. Hi, Meli. Und, äh... ...danker für den tollen Sound. Oh. Okay. Sieht ja erstmal... ...gar nicht so schlimm aus. Wir müssen da hinten hin. Wie war das? Box können wir so ablegen, ne? Genau, okay. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, wie... ...wie ich die Box ablege. Im... ...im Falle eines... ...Panikanfalls. Damit wir ganz schnell wegrennen können. Damit der Box sind wir auf jeden Fall... ...sehr, sehr... ...langsam. ...lo? Wir machen das slow and steady. Also, wir wollen da keine Aufmerksamkeit auf uns richten. Ich weiß aber nicht, ob das... ...funktioniert. Ich hab da doch gerade jemanden gesehen, oder? Das wird... ...das wird... ...also, wirklich... ...das wird nicht so ruhig bleiben. Also, kann ich mir... ...0,0 vorstellen. Hier kommt doch gleich irgendwer... ...weiß ich nicht... ...Chimuli oder so vorbei. Verlass' dir die Prüfung. Ja, nee, ist klar. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein! Ich bin... ...nicht... ...da... ...geweck... ... ... Oh, atmet die Fies. Also... ... Ja, geh woanders hin. Ist mir egal. Aber lass mich in Ruhe. Ich geh jetzt auch nicht gucken. No, 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 no. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, die hat nur erst mal... Ja, die raucht ein bisschen zu... ...bier. Du kleine... ...Stutzen, glaub ich... ...habe ich es geschafft? Leck mich. Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Wir setzen uns jetzt hier hin an so'n... ...wer setzt dich damit da an so'n... ...freiwillig an so'n Stuhl, wo du... ...gefesselt wirst? Oh, bitte lass mich... ...bitte... ...wiedergeboren, erneuert. Neustart? All ringed out, cleared and ready. Everything perfectly under control... ...kept tidy for somebody... ...with just your dysfunctions. We're returning you to the sleep room now. A place... ...you can reflect on what you've learned. This is exciting. What a gift. What an opportunity. Okay. Okay. Jetzt kommen wir hier wieder raus, oder was? In den Schlaf... ...Saal... ...Raum? Wir hätten wieder gut beginnen. Die Freiheit wartet. Ähm... ...ja, also... ...Aben drückt nen Tyko und steckt über dort. Was ist denn mit euch los? Was steht denn jetzt hier auf der linken Seite? Warte, will ich das doch machen? Hallo! Kann ich hier zu euch rein? Geht das? Natürlich nicht. Warum auch? Gehen wir einfach weiter. Was? Was? Bitte, explore the sleep room. This is your neighborhood. I will be with you to offer guidance and advice. I'm always with you. Ich weiß nicht, ob ich es so gut finde, dass du die ganze Zeit bei mir bist. Also, nur mit mir bist. Prüfung? War das das Tutorial jetzt? Also... Äh... Scheint so. Da oben ist irgendwas. Und hier unten... Okay. Ja, das war das Tutorial, beziehungsweise der Prolog von Outlast Rides. Äh... Ja. Die nächste Folge werden wir mit Stevie zusammen erkunden, wo wir uns einmal unsere Zimmer uns anschauen. Die wir anscheinend hier haben. Ich würde jetzt sagen, dass da oben... Symbolisiert mein Zimmer. Äh... Und wir werden dann die ersten... Prüfungen... Über uns ergehen lassen. Zu zweit. Äh... Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ähm... Danke erstmal fürs Zuschauen. Und, äh... Wir sehen uns einfach bei einer neuen Folge Outlast Rides. Bis dahin sag ich erstmal... Reingehauen! Oh! 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 Vielen Dank.